Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch und willkommen zurück bei dem einzigartigen Bleach Brave und Souls ziemlich nah dran am Second Anniversary Event. Gestern Abend ist das Internet explodiert mit Informationen. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze bis heute jetzt einmal aufgeschoben. Wir haben mir gedacht, okay, gestern so 23 Uhr musste ich jetzt nicht unbedingt ein Video machen. Gerade weil wir jetzt 9 Uhr morgens natürlich nochmal die In-Game-News kriegen und der JP-Server dann in der Regel die News mal nochmal ein Tag vorher kriegt. Ich habe mir gedacht, machen wir doch lieber ein Video, was gleich mal alles abklappert. So zumindest die wichtigen Informationen. Und wie erwartet es genau das eingetroffen? Denn JP-Server sitzt wahrscheinlich schon am Hintergrund. Die Party ist schon ganz, ganz, ganz dicker am Laufen. Und wenn wir einfach mal auf den News-Punkt klicken, werdet ihr sehen, das ist alles voll mit Second Anniversary Zeug. Second Anniversary Infos, die wir auf den Global Software gar nicht einsehen. Darum würde ich vorschlagen, wühlen wir uns doch einmal durch. So, das, was ich vorher schon so ziemlich angepriesen habe, was wahrscheinlich passieren wird, ist tatsächlich eingetroffen. Und zwar, wir werden am 23.07. um ziemlich genau 9 Uhr morgens das Step-Up Event haben. Heißt, Puls, Puls, Puls ohne Ende. Wir durften jede Menge Charaktere kriegen. Aber, dickes Aber, das Ganze sieht sehr, sehr anders aus, als wir es bisher gewohnt sind. Bisher sind wir es eigentlich gewohnt, dass wir nur 5 Schritte haben und am Ende haben wir eine dicke Zahl von wegen 15 oder 10 Prozent, je nachdem, welches Step-Up wir nehmen. Ich suche mir mal einfach kurz den Newsreiter raus. Das ist diesmal zahlentechnisch tatsächlich extrem anders. Also, wir haben jetzt allein schon keine 5 Schritte mehr. Wir haben, so wurde es zumindest erstmal gesagt, hier habt ihr die Schritte aufgelistet. Keine Sorge, ich kann auch kein Japanisch. Es sind hier 7 Schritte aufgelistet. Daneben habt ihr auch schon die Preise. Erster Schritt, 0. Also, den ersten Schritt gibt es anscheinend kostenlos. Jetzt ist die Frage, gibt es hier nur einmalig kostenlos oder gibt es hier immer kostenlos? Sollte es nur einmalig sein, ich sehe hier sofern leider keine Ersatzzahl. Gehen wir mal jetzt einfach mal davon aus, wir kriegen jeden Tag tatsächlich eine Multi-Gratis, was ultra geil wäre. Und dann seht ihr hier, wie gesagt, wir haben anstatt nur 5 Schritte halt 7. Das geht über die 7 hinaus. Je nachdem, wie viele Schritte ihr hier durchführt, kriegt ihr einen anderen Bonus am Ende. Ich kann einen Großteil der Sachen hier an heute wieder nicht lesen. Was ich aber lesen kann, ist Schritt Nummer 6, ein 5-Sterne-Charakter, 100%. Sehr nett. Heißt, wenn ihr genügend Orbs reinballert, dass ihr beim 6. Schritt angekommen seid, werdet ihr auf jeden Fall einen 5-Sterne-Charakter bekommen und danach habt ihr natürlich noch Chance, weitere zu ziehen, ganz klar. Über den 6. Schritt hinaus kommt ihr dann zu Schritt 7. Da kriegt ihr für jeden Pull, den ihr dann macht, zusätzlich ein Huckel-Cue und ein paar Sterne-Herzen. Seht ihr das gerade richtig? Das dürften 3, 4 Sterne-Herzen sein. 4, 3 Sterne-Herzen. Je nachdem. Sei aber dazu gesagt, ihr kriegt keinen 100%igen 5-Sterne-Charakter mehr. Heißt, die Chancen, ich muss mal kurz gucken, dass wir die hier auch finden, die dürften da versteckt sein. Die sind, wie gesagt, diesmal sehr, sehr anders. Genau, da haben wir sie schon. Ihr seht schon, Schritt 1, 2 und 3 haben tatsächlich nur 3%ige Chance. Das ist genau die Zahl, die wir halt im normalen Gache gewohnt sind. Alles, was danach kommt, Schritt 4 aufwärts, hat eine 6% Chance nur. Das ist halt das, was wir am Ende des Monats haben, die Doppel-Chance-Gache. Kennen wir. Ist insofern ein bisschen enttäuschend, dass wir halt nicht so eine dicke Zahl haben. Man hat es halt immer gelohnt, da bist du dann komplett durchzuziehen. Sei dazu gesagt, 100% Chance, einen 5-Sterne-Charakter zu kriegen, ist ja schon mal auch ganz geil. Wie gehen wir da jetzt vor? Empfehlenswert wäre, also eigentlich gibt es nur 2 Optionen, sag ich mal, wie es halt wirklich Sinn machen würde. Entweder, man zieht es durch. Man geht bis Schritt 6, würde ich sagen. Genau da, wo man den 5-Sterne-Charakter kriegt. Gibt bis dahin die Ops aus, holt sich seinen 5-Sterne-Charakter ab, lässt das Ganze liegen, wartet bis zum nächsten Tag und macht das wieder bis Schritt 6 durch. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, Schritt 7 aufwärts, ist zwar nett, dass man da Hukikyo einen Schnack dazu kriegt, aber das sind halt einfach nur ganz normale Endpults. 6% gibt es für mich so keinen Anreiz, da mehr reinzustecken, außer ich habe halt eine Million Orbs oder weiß halt nicht, wo ich mein Geld hinschmeißen soll. Wäre hilfsens eine Idee da, aber irgendwie persönlich bis Schritt 6, das war es. Danach Schnitt, nächsten Tag warten, gut ist. Hauptsache den Gratis-Charakter abholen, also gratis in Anführungszeichen. Ist sofern natürlich ein bisschen kostspielig, weil bis ihr das Ganze bekommen habt, gehen dafür 1150 Orbs drauf. Kann man noch sagen, ist relativ verkraftbar dafür, dass man auf jeden Fall einen Charakter kriegt und ansonsten ja noch die Chance hat, was so zu kriegen. Muss man für sich einschätzen. Zweiter Schritt wäre, dadurch, dass der erste Pull nicht so viel gekostet hat, der erste Pull, lasst mich kurz nochmal schauen, ähm, ich mess mich natürlich komplett raus, genau. Der erste Pull hatte nur gekostet 150 Orbs, also der zweite Schritt. Der erste ist ja anscheinend umsonst, der zweite kostet dann nur 150. Könnte man halt so sagen, okay, dann nehme ich halt zumindest den reduzierten Preis mit. Kann halt sagen, jeden Tag nehme ich einmal gratis und einmal für 150 und komme dadurch halt wieder auch auf den Gewinn unterm Strich. Müsst ihr gucken, wie viele Orbs ihr habt, ähm, wie ihr euch das Ganze einteilen wollt. Ich werde wahrscheinlich einmal auf jeden Fall bis zu 6 Sterne, ja genau, 150, äh, bis zu 6 Sterne, bis zu Schritt 6 durchgehen. Was ich danach mache, weiß ich noch nicht, gerade in Hinsicht darauf, was danach potenziell noch kommen könnte. Aber jetzt erstmal zu dem wichtigen Punkt, weil jetzt haben wir schon geredet, was kriegt, wie viel muss man bezahlen, welche Schritte, was für Boni, kriegt man alles. Das Wichtigste unter anderem am Step Up ist aber einfach mal nur, was für Charaktere sind überhaupt drin. Aber das bringt mir, wie ich 8000 Sachen ziehen kann, wenn da einfach nur Scheiße bei ist. Gucken wir uns doch den Pull mal an und da seht ihr auch schon als allerersten ganz neu, frisch vom Fischmarkt, der Second Anniversary Ichigo. Den habt ihr jetzt auf ein paar Bannern insofern auch schon mal gesehen. Ähm, da gibt es auch schon diverse Infos, wie ihr meint, ihr seht es hier, ist ein Speed-Charakter, blauer Charakter, 729 SP. Ich kann auch sagen, der hat Frenzy und der hat 25% Strong Attack, heißt es, ist rein Strong Attack technisch schon mal eine Bombe. Und der hat im Spiel die höchsten Durchschnittswerte von allen Charakteren, mit Ausnahme von Iba, der mit seinem Plus, was war das, 320 Stamina ja ohnehin cheatet. Warum nicht überreden. Das ist sehr, sehr, sehr. Ähm, hat auch Schumpo Plus gehabt, hat ein, äh, lass mich nicht lügen, Devastation, also Special Move Schaden hat auch noch mal plus 40% und ich glaube Bruiser, also Normal Attack Schaden war auch noch mal 40% oder waren es nur 30%, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Sieht sofern schon mal ganz solide aus. Wichtig zu sagen ist, es ist ein Range-Charakter. Also Ichigo als Range-Charakter kann ich mir eigentlich schon zwei Optionen vorstellen. Entweder, weil ihr seht ja hier so, links hat er noch die Maske dran, das ist so halt, wo er gerade aus der Full-Holo-Form rauskommt. Entweder er feuert ein Zero nach dem anderen ab oder was ich eher glaube, äh, Getsco Attenture, als ganz normaler Normal Attack, ein Ding nach dem anderen abgefeuert, dürfte recht sexy aussehen. Was auch schon gesehen worden ist, der hat als dritten Strong Attack wieder dieses Charge-Ding, was Yami auch schon hatte, dass man den Knopf gedrückt hält und dann wird er halt stärker. Bin ich kein Fan von, ich fand das bei Yami zumindest ziemlicher Müll. Jetzt weiß ich nicht, ob sie bei Ichigo vielleicht an Zahlen ein bisschen was gedreht haben, dass es mehr Sinn machen wird, weil so lange, wie das Ding halt zum Aufladen gebraucht hat, habe ich einmal auf den anderen Knopf draufgedrückt, da war die Gegnerwelle schon tot. Also es hat nicht so wirklich viel Sinn ergeben, aber muss man es überraschen lassen. So auf dem Papier ist der absolut top, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber unterm Strich entscheidet immer das Moveset. Das werden wir uns wahrscheinlich erst morgen angucken können, wenn das Ganze dann live ist oder wir den vielleicht sogar ziehen. Hm, wäre auch ganz nett. Ansonsten haben wir hier drin, ähm, wie ein guter Freund von mir in letzter Zeit immer wieder sagt, den, äh, Facebook Ichigo, weil Fullbring wird ja auch mit FB abgekürzt. Das fand ich tatsächlich immer sehr neat. Haben wir schon 8000 Mal gesehen. Äh, Granate der Typ. Auch hier, brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt werden ein paar Leute wahrscheinlich schon mit den, wie sagt man so schön, mit den, mit den Ohren flackern. Ist das die Redewendung? Ich weiß es nicht. Ähm, und zwar Dancer Sangetsu, den Typen mit den krassesten Tanzmoves in komplett Breach Brave Souls. Ähm, den kriegen wir nicht. Hm. Wir haben hier nämlich den Unterschied, äh, Japans Server kriegt Dancer Sangetsu hier insofern mit drin. Wir werden kriegen den Mind Grimjo. Den gab's schon vor einer Weile. Den finde ich tatsächlich auch einen ganz guten Ersatz. Äh, wie das mit dem aussehen wird, kommen wir gleich nochmal zu, weil da habe ich auch eine Vermutung, was da passieren wird. Kriegen wir aber schon mal nicht. Hier unten sehen wir aber schon mal die Filler und auch da wieder gleich schon als allererstes, äh, Amor Tiorici. Äh, werden wir, nehme ich mal an, auch nicht kriegen, weil es hier auf Globo so fern einfach noch nicht gibt. Ähm, Vermutung meiner Seite wäre jetzt wieder, also Aluhüte könnte das schon mal wieder aufziehen. Ähm, werden wir es aus dem selben Gache kriegen? Also Grimjo, kriegen wir vielleicht Neutora? Neutora haben wir im selben Gache wie Grimjo? Ich würde mich nicht beschweren. Ich nehme, ich nehme Neutora, also Flurry, Karakter mit Flurry, also sage ich nicht Nein zu. Ähm, das wäre nicht. Ansonsten haben wir hier eine ganz brauche, erbrauchbare Auswahl. Ähm, Rukia haben wir, auf jeden Fall 14%. Ähm, Codown Reduction hat sie drin. Renji haben wir 25%. Normal Attack hat er. Ähm, den Toshiro haben wir, den finde ich tatsächlich sehr geil. Wir haben Kenpachi, und ich hoffe, ich werde ihn jetzt endlich mal ziehen. Wir haben den Fullbring Biakura, wir haben den Ishida und wir haben die Rukia, was auch alles hier wieder Top-Charaktere sind. Also eigentlich hier sind nur Top-Charaktere bei und, ähm, wer schon so ein oder andere Video gesehen hat, weiß, warum sich mir beim letzten Charakter so die Nackenhaare schon so ein bisschen hochfahren. Ähm, ich brauche nicht noch mehr Dangai, bitte. Danke. Wenn ich nur einmal sehe, wie sagt er, Ore no Saigo, Getsuka Tensho, bin ich erst mal ein bisschen in die nächste Woche getriggert. Aber gut, das war erst mal das Ganze. Ähm, warum habe ich jetzt gesagt, wie das Ganze weitergehen wird, ähm, noch ein bisschen ausstehen, weil, wenn ihr euch jetzt mal hier dieses kleine Banner anguckt, Second Anniversary Ichigo, Tensa Sangezu, Fullbring Ichigo und rechts oben davon habt ihr noch dieses kleine Banner, was halt übersetzt so viel heißen wie Step Up Summon. Und da fällt euch vielleicht auf, da steht Voll 1, Volume 1. Lässt natürlich vermuten, wenn es ein Volume 1 gibt, gibt es wahrscheinlich auch ein Volume 2. Das habe ich mir nämlich in den letzten paar Tagen nämlich auch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wir sind nämlich nicht am Ende des Monats, wir haben danach noch eine Woche und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir nach diesem Step Up Event ein zweites Step Up Event haben werden. Die Zahlen werden vermutlich mal ähnlich sein, würde ich jetzt mal einfach behaupten, weil ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal was da in erinnern werden. Aber was anders sein wird, das ist das Ende des Monats Gacha und da wiederum dürften dann für uns kommen Tensa Sangezu, Armored Yorichi und White Full Holo Ichigo. Gibt es nichts bestätigt, ist jetzt reines Bauchgefühl, aber das ist insofern ein Bauchgefühl, dass es absolut Sinn machen würde. Ich sage immer gern, ich kann kein Japanisch, aber ich kann logisch denken, insofern kann man die Daten hier insofern auch halbwegs gut verarbeiten. Und seien wir mal ehrlich, Ende des Monats Gacha, Japan wird auch neue Charaktere brauchen, wird ziemlich genau das passieren. Würde ich ziemlich genau darauf wetten. Ja, das waren schon mal die Infos fürs Step Up Event selbst. So, Anniversary hat aber ein bisschen mehr als Step Up. Da haben wir nämlich noch dieses kleine sexy Ding, das ich hier gerade angeklickt habe. Genau. Wir kriegen dann gerade das 6-Sterne-Charakter. Geile Geschichte. Und zwar, wir werden ein zweites Banner sehen unter dem Step Up dürfte das Ganze dann zu sehen sein. Der hier kommt wunderbar und da werden wir wahrscheinlich fünf Knöpfe haben für jedes Attribut ein. Wie das Ganze aussehen wird. Ihr werdet euch aussuchen können, was für ein Attribut ihr haben wollt. Ihr wollt einen Charakter haben von einem bestimmten Attribut, den werdet ihr auch bekommen. Nehmen wir jetzt einfach mal Speed. Ich bin ein Speed-Charakter, für einen blauen Charakter. Also drücke ich groß auf den Speed-Button und was dann passieren wird, ist, wir haben ja auch kein Pool, also es wird komplett random sein, nehme ich mal an. Es werden euch fünf Charaktere vorgezeigt. Komplett random ausgewählt, fünf Charaktere. Erneut vermutlich, weil ich sehe hier kein Pool. Aus diesen fünf Charakteren dürft ihr euch einen aussuchen und den werdet ihr komplett gratis bekommen auf 6 Sterne und wie ihr es hier unten schon seht, Level 200. Das Ding wird sofort fertig sein. Meine Empfehlung, geht durchs Album durch, guckt eure Charaktere an, schaut nach, wo fehlen euch noch Charaktere, wo habt ihr die höchste Chance, einen neuen Charakter zu kriegen, beziehungsweise einen Charakter, den ihr unbedingt haben wollt, der richtig, richtig Power hinter sich hat, dass ihr halt einfach instant, sofort eine Granate an Charakter bekommt. Was das Ganze vielleicht so mit sich heißen kann, wo ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher bin, weil der Gedanke mir jetzt original vor zwei Sekunden gekommen ist, wenn wir jetzt einen 6 Sterne Charakter kriegen, der sofort Level 200 ist, kriegen wir für den dann noch Orbs? Cheap, 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 cheap. Ich vermute mal vielleicht nicht, weil wir müssen den eigentlich auf Level 150 gelevelt haben, damit wir Orbs kriegen. Die 5 Sterne Orbs, die werden wir dann sowieso nicht kriegen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht haben wir auch einfach, wir klicken es an und auf einmal, hey, in deiner Inbox sind einmal 50, einmal 75 Orbs drin. Das wäre natürlich ganz geil. Ich wage es aber zu bezweifeln. Mal gucken, wie Caleb das Ganze managt. Auf jeden Fall eine geile Aktion. Jetzt möchte ich die News nochmal neu öffnen, denn wir sind noch immer nicht ganz durch. Zwei Sachen haben wir noch. Und zwar haben wir zu den beiden kommen wir gleich. Haben wir noch ein neues Event, was am Laufen sein wird, was ihr nebenbei farmen könnt. Und da kriegt ihr die Second Anniversary Coin. Die sieht so aus. Die ist neutral. Die könnt ihr in jeden Charakter anheften. Ihr werdet keinen Doppelbonus kriegen für das Ganze. Aber als 5 Sterne Ding kriegt ihr plus 10% Stats auf alles, außer auf Tiernahrung. Und das ganze Ding wird natürlich einen Secondary Effekt mit drin haben. Heißt, ihr könnt das Ganze recht brauchbar kombinieren. Ist nett, wenn ihr halt so einen Filler braucht oder für Hybridcharaktere. Da ist das ganz brauchbar. Vom Neujahr habe ich auch noch so ein Ding. Ich benutze es tatsächlich nicht, weil den Doppelbonus in der Regel, den nehme ich lieber mit. Aber ich habe da auch keinen brauchbaren Secondary drauf, den muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall für Neulinge unbedingt. Also damals bin ich hinter dem Ding hinterhergerannt, als ich es angefangen habe. Das wollte ich unbedingt haben. Im Laufe der Zeit, wenn man aber entsprechende Equipment hat, merkt man, äh, brauche ich vielleicht nicht mehr so. Nichtsdestotrotz, geiles Item. Und wenn wir mal ein bisschen runter scrollen, sehen wir noch was Neues. Nämlich Accessory Tickets. Second Anniversary Accessory Tickets. Ich habe keine Ahnung, was da dran ist. Ich vermute mal, die werden einen bestimmten Pool haben, die werden vielleicht erhöhte Chance haben, irgendwas zu kriegen. Hier sehen wir auch noch jede Menge Zeug, was wir kriegen können. Eindeutig kann kein Japanisch. Ähm. Überraschen lassen. Kann ich nicht anders groß zu sagen. Also es gibt neue Tickets, es wird ja irgendwas anderes dran sein. Das wäre jetzt Quatsch, wenn sie neue Tickets machen, ohne dass es da irgendeinen dicken Twist dran gäbe. Vielleicht sind es immer nur vier Sterne Dinger mindestens. Vielleicht haben wir da auch die Chance, ein Goldchapi drauszuziehen. Also erhöhte Chance oder sonst was. Vielleicht ziehen wir, weil ich sehe hier relativ oft die Zahl 2, vielleicht ziehen wir 2 Items, nee, Second Anniversary. Ich habe heute gedacht, vielleicht ziehen wir 2 Items draus, aber nein, das wird davon heißen, hey, Second Anniversary Ticket, weil es 2 Jahre bin ich. Ähm, ja. Auch nette kleine Info. Wir haben halt noch die ganzen normalen Stats. Ein paar Ops, wenn wir kriegen, denke ich mal wieder, auch hier, wieder überraschen lassen. Aber auf jeden Fall, Coin unbedingt mitnehmen, weil die Chance habt, dann nur einmal, vielleicht zweimal, im Jahr. So, äh, großer Batzen Info. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Das wird jetzt nur die Leute interessieren, die auch willig sind, Geld in das Spiel zu investieren. Das soll schon 8 Milliarden Stunden am Tag investieren. Und zwar kommen noch zwei Tickets, die ich mir höchstwahrscheinlich beide zulegen werde. Es kommt ein 2nd Anniversary Edition Summon Ticket. Geil. Wird wahrscheinlich wieder um die 25 Euro kosten, so wie es die Tickets in der Regel tun. Ähm, wir kriegen dafür Orbs, wir kriegen Hogyu's Will und wir kriegen halt ein besagtes Ticket. In diesem Ticket können dann drin sein anscheinend 6 Sterne zu Kishima. Bin mir nicht sicher. Ist das so gedacht? Das ist ja gleich 6 Sterne. Ne, vielleicht ist egal, ob 5 Sterne oder 6 Sterne lassen wir jetzt einfach mal den gestellt. Also, du kannst drin haben. Tsukishima können wir drin haben. Wir können haben Mr. Kenny Broken Kenpachi und wir haben noch diese anderen Charaktere, die Riruka, den Ichigo, die Rukia, den Iba, die Nemu, den Kira, den Ikaku, die Isana haben wir daneben. Wie hieß sie nochmal? Nanau. Nanau hieß sie, genau. Nanau haben wir, Renji haben wir, Isana haben wir, Rose haben wir, Yukio haben wir und, ähm, Yoshiro? Ne. Yorichi, Yoshiro, Yashiro, so hieß sie. Verdammte japanische Namen. Aus dem Pool könnt ihr sofern Charaktere rausziehen, werde ich auf jeden Fall machen, weil ich habe da relativ wenig Charaktere von und jede Chance, die ich habe, dieses wunderschöne Beast zu kriegen, werde ich auf jeden Fall wahrnehmen und kurz gehalten Lunzen war da auch noch mal kurz in das andere Ticket rein. Kurz gehalten ist gut, weil ich sehe, das Ganze läuft jetzt schon ein paar Minuten. Das ist nämlich das Second Anniversary Accessory Summon Ticket, wo wir kriegen Orbs, Editing Brush, ein Buch von jeder Farbe, fünf Dust von jeder Farbe und drei, äh, zehn, drei Sterne Herzen. Zeug ohne Ende. In dem Ding habt ihr die Chance, ein vier Sterne Item oder höher zu ziehen. Insbesondere angepriesen werden dann natürlich die ganz neuen Dispensers, die Yuki, die Pappels und natürlich auch die fünf Sterne Chappies. Vielleicht haben wir da die Chance, vielleicht sogar eine erhöhte, keine Ahnung, was an Gold Chappies daraus zu ziehen. Wer unseren Discord-Server in letzter Zeit ein bisschen begutachtet hat, weiß, dass es da so die eine oder andere Person gibt, die da in letzter Zeit so ein Ding gezogen hat. Manche sogar vier. In einer Woche. Fuck you. Aber ja, das ist ganz nett und das werde ich mir auch genehmigen, weil ich hatte eh vor, für das Step-Up-Event ein bisschen Geld zu investieren. Ein bisschen ist tatsächlich gut, aber da werden wir dazu kommen, wenn es dann Puls gibt. Das werdet ihr, denke ich, mal morgen dann schon sehen. Gut, dicker Batzen Information war das Ganze jetzt. Wie gesagt, den Ichigo, den werden wir uns dann, wenn er spielbar ist, im Detail auch nochmal ein bisschen angucken. Step-Up-Event beziehungsweise Second Anniversary ist wie gesagt im vollen Gange. Ich bin gehypt. Ich kann es nicht anders sagen. Achso, eine Sache haben wir noch, so eine ganz kleine Randinformation, die jetzt so aktuell mit dem Spiel noch nicht so viel zu tun hat, aber in Zukunft für das Spiel sehr, 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 sehr viel bringen wird. Caleb hat die Rechte bekommen für die Manga-Charaktere. Heißt, für die, die es nicht wissen, Bleach hat ja natürlich auch einen Manga, nicht nur ein Anime. Ich denke mal, sofern durftet ihr das alle wissen. Aber der Manga, der ging ja nach dem Anime weiter. Der Anime, der wurde ja vorher schon gekappt. Und danach kommt noch die wunderbare Five Years Blood War Arc. Blood War Arc. So spricht man es aus. Wo es kurz zusammengefasst einfach nur darum geht, eine große, dicke, cringy Armee ist wieder zurückgekommen mit einem recht fiesen Leader und recht vielen, fiesen Charakteren. Heißt also, wir kriegen jede Menge geiles Zeug an Charakteren, die wir dann zur Verfügung haben. Caleb hat noch nicht gesagt, wann das Ganze passieren wird. Es wurde mal irgendwie gesagt, Caleb hat wohl das ganze Jahr schon durchgeplant. Also vermute ich mal, die Charaktere werden wir wenn erst nächstes Jahr sehen. Aber um mal schon so einen kleinen Ausblick darauf zu geben, was da kommen wird oder was es da so in Manga an Charakteren gab, wir kriegen Heizugaya in seiner vollendeten Bankai-Form. Weil wenn diese drei Dinger, die er da hinten rumfliegen hat, an seinem Bankai weg sind, dann ist das Ding tatsächlich erst fertig. Dann ist er nämlich erwachsen, was erst ein bisschen weird klingt, aber tatsächlich sehr sexy war. Wir dürften Mr. Saraki und Kenpachi kriegen in seiner Shikai und potenziell auch Bankai-Form, was auch nicht ganz ohne war. Und worauf ich mich sehr freue, wir dürften Rukia kriegen, die er dann nämlich auch mal endlich einen Bankai spendiert bekommen hat. Was ultra sexy aussieht. Darauf freue ich mich tatsächlich sehr. Aber wie gesagt, das Ganze wird wahrscheinlich eh erst nächstes Jahr irgendwie starten. insofern werden wir noch ein bisschen Geduld haben. Ich hoffe, ich habe alles zusammenbekommen, weil das war, wie gesagt, ein dicker Batzen Information, der jetzt seit gestern Abend eingetrudelt ist. Wenn ihr auf dem Discord drauf wart, werdet ihr gesehen haben, dass ich gerade in der News-Section, die ich da ja verwalte, etwas hyperaktiv aktiv war. also im Sinne von, sobald ich was gesehen habe, habe ich es da sofort reingedrückt, damit halt alle sofort zugefahren auf die Infos und mich sofern auch immer rege beteiligt, wenn es da halt noch Diskussionen gab, geschweige denn Unterhaltung, was könnte das heißen, was könnte das heißen, was könnte uns erwarten und wo nehme ich eigentlich das ganze Geld her, um das Ganze bezahlen zu können. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, kommt auf jeden Fall mal auf dem Discord. 14 Uhr heute wird losgehen der Livestream von K-Lab zum 2nd Anniversary. Ich glaube, wir haben leider schon alle Infos. Ich weiß nicht, was wir sonst noch groß zeigen würden wollen. Ich bin am überlegen, ob ich danach selbst noch einen Livestream mache, mir das Ganze mal angucke, wie das Livestream-Gedönse aussieht auf YouTube. Ich habe mich damit noch nicht so wirklich befasst. Kann sein, dass es passiert, kann nicht sein, dass es passiert. Lasst euch überraschen, haltet's Auge offen. Ich würde es auf jeden Fall auf dem Discord anzeigen oder verkünden, sollte ich das Ganze machen. Ansonsten wäre es das Ganze insofern für heute. Erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch ein glückliches 2nd Anniversary. Viel Glück bei dem PULS. Meine PULS gibt es morgen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.